Christina, komm doch mal raus. Hallo, da bin ich. Ja, liebe Freunde der Malerei, ich bin Hinrich Schüler, beschäftige mich hauptsächlich mit abstrakten Landschaften. Dann noch ein paar Spritzer. Und siehe da, der Finselstrich sinkt ein und lässt sich wunderbar millimetergenau steuern, formieren, ausmalen. Action! Der nachdenkliche Künstler. Ach, geht das jetzt mal los hier? Ja, okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020